Vor dem Kunsthaus Wien habe ich zur Abwechslung einmal ein Kompliment bekommen, bevor ich das Gebäude betrete. Das Museum 100 Wasser im Kunsthaus Wien wurde von Friedensreich 100 Wasser einem der wichtigsten österreichischen Kunstwerk des 20. Jahrhunderts gegründet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das einzigartige Museum folgt den psychologischen und gestalterischen Grundsätzen des berühmten Ausnahmekunstlers. Auf mehreren Ausstellungsebenen bereinigt das Museum 100 Wasser die wichtigsten Aspekte seiner Schaffens und zeigt die weltweit große Sammlung seiner Müllerei, Originalgrafik, Tapisserien und architektonischen Entrücke. Dem Besucher eröffnet sich auch das visionäre ökologische Engagement vom Friedensreich 100 Wasser. Er experimentierte mit begründeten Dächern und Sätzebaumitern in die Fassade. Darüber hinaus ist das Kunsthaus Wien, Dienst erstes Haus für fotografische Ausstellungen. Das ist das Kunsthaus Wien, Dienst erstes Haus für fotografische Ausstellungen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020